Meine Damen und Herren, guten Morgen. Unser herzlicher Dank geht vor allem an Sam Keller und die Bayer Foundation für diese großartige Erfahrung und natürlich an Gerhard Richter für alles, was in den letzten Tagen hier passiert ist, der unglaubliche Aufbau und natürlich vor allem an Jacques Herzog. Ein sehr warmes Willkommen für Jacques Herzog. Wir begonnen haben, an der Ausstellung von Gerhard Richter zu arbeiten und über die Ausstellung werden wir vielleicht später noch diskutieren, im Gespräch auch mit Jacques. Dachten wir mit Sam, dass es interessant wäre, ein Begleitprogramm zu machen und es war unser Traum, dass das alles beginnt mit Jacques heute. Es gibt ja sehr viele Bezüge zwischen Gerhard Richter und Jacques Herzog und auch Pierre Dömerant, unter anderem das großartige Werk von Gerhard Richter im großartigen Gebäude von Herzog Dömerant in San Francisco, in dem Young Museum. Aber darüber hinaus einfach auch ein Dialog. Seit wir uns kennen mit Jacques Herzog in den frühen 90er Jahren, späten 80er Jahren, gab es immer wieder Diskussionen über Gerhard Richter und wir dachten, dass es ein sehr schöner Anlass wäre, heute in der Ausstellung darüber zu diskutieren. Aber darüber hinaus einfach auch über die Bezüge von Jacques zur Bildenden Kunst zu reden, die Zusammenarbeit auch mit anderen Künstlern, die Praxis von Herzog Dömerant immer wieder in Bezug zu Bildenden Künstlern, über die Zusammenarbeit natürlich auch mit Remy Zaug zu reden, die ja sowohl für Jacques und Pierre sehr wichtig ist. Und dann im letzten Teil des Gespräches über unsere ganzen jetzigen Projekte, die auch viel mit dieser Brücke zwischen Kunst und Architektur zu tun haben. Ich möchte auch sagen, dass das der Anfang ist eines Begleitprogrammes zur Ausstellung von Gerhard Richter und das wird sich dann fortsetzen Ende August. Wir hoffen, dass Sie alle auch wiederkommen können am 27. und 28. August. Wir haben dann den Komponisten Arvo Pert hier, der eine Komposition zeigen wird oder uns vorstellen wird als Hommage zu Gerhard Richter und wir haben Benjamin Buchloh hier, der das große Buch schreibt zu Gerhard Richter und hier das letzte Kapitel dieses Buches zum ersten Mal öffentlich vorstellen wird. Die Idee war auch etwas, was Alexander Dauner mal sagte, der große Museumsdirektor und Theoretiker in Hannover in den 20er Jahren, wenn wir die Kräfte verstehen wollen, die am Werke sind in der bildenden Kunst, ist es wichtig, dass wir verstehen, auch was in der Architektur passiert, in der Literatur, in der Musik und so fanden wir das interessant, aus Anlass dieser Ausstellung von Gerhard Richter, die verschiedenen Disziplinen im Dialog mit seinem Werk hier abzudecken. Um zu beginnen, Jacques, mit den Anfängen, wollte ich dich als erstes fragen, wie das alles begonnen hat mit der Kunst und der Architektur. Du hast mir ja mal erzählt, wie wir uns zum ersten Mal begegnet sind. Und es ist ja wichtig zu sagen, wir haben viel in den letzten Tagen gesprochen über meine Begegnung mit Gerhard Richter, dem ich begegnet bin, wie ich 18 Jahre alt war und das war eine ganz wichtige Erfahrung und führte zu ersten Ausstellungen. Jacques war der erste Architekt, dem ich begegnet bin und das war Bidje Kuriga, die uns bekannt gemacht hat, zuerst mit Jacques und dann auch mit Pierre und diese Begegnung fand statt und bei dieser allerersten Begegnung hast du mir erzählt, dass du eigentlich anfänglich in der bildenden Kunst warst. Es gab dann irgendwann wohl ein Gespräch mit Jean-Christophe Amann und ich wollte damit beginnen, dass du uns vielleicht ein bisschen davon erzählst, deine Anfänge in der Kunst und wie es dann zur Architektur kam. Ich denke mit der Kunst ist es ein bisschen wie mit dem Fussball, dass ein Junge eher Fussballer werden will als etwas anderes oder eher Künstler als Architekt und so war es auch bei mir. Ich dachte, ich würde eher in die Kunst gehen und habe dann aber gemerkt, dass das nicht ein Feld ist, wo ich mich entwickeln kann oder daraus ausdrücken kann, was ich wollte und deshalb Architektur sich anbot und eher zufällig, weil sowohl Pierre, mit dem ich eigentlich seit ich sechs Jahre alt bin, zusammenarbeite, also das zum Thema Zusammenarbeit, als auch ich, hatte nicht die Idee Architekt zu werden unbedingt, sondern das ergab sich dann, nachdem wir zunächst andere Ideen hatten mit der Zeit und das war so fast ein spontaner Entscheid, dann in die Architektur zu gehen. Und die Zusammenarbeit mit, oder das Interesse für Kunst und auch diese Sensibilität, was Kunst und was Architektur leisten oder machen kann, ist vielleicht gerade deshalb auch so ausgeprägt, weil die Nähe zur Kunst oder die Liebe zur Kunst uns nie verführte, selbst eigentlich Kunst zu machen oder diese Nähe aus irgendeiner Eifersortsposition zu betrachten, sondern eigentlich mit einer grossen Offenheit der Kunst gegenüber und die Möglichkeiten, diese Überschneidung, die die auch verwenden, zwischen Disziplinen für Architektur fruchtbar werden zu lassen. Das war eigentlich uns früh bewusst und es war damals, also Ende 70er Jahre, Anfang 80er Jahre auch überhaupt nicht Thema. Damals waren die Disziplinen viel stärker getrennt, als es heute, sag ich mal, Mode geworden ist, weil auch heute gibt es wenige Beispiele, wo wirklich diese Überschreitung von Disziplinen zu Überraschendem, zu Neuem etwas gebracht haben. Aber es ist heute viel Ehrenthema, Collaboration, Zusammenarbeiten, das ist Ehrenthema, nicht zuletzt, weil eine junge Generation von Kuratoren, vor allem du, dieses Thema auch forcieren und anstossen. Kannst du uns bevor wir über die ersten Künstlerzahlenarbeiten sprechen, noch ein bisschen über deine eigenen Ausstellungen sprechen, weil es gab ja eine legendäre Ausstellung in der Stampa-Galerie und man sieht von Zeit zu Zeit ja Zeichnungen aus deiner Frühzeit. Aber ich würde gerne ein bisschen mehr erfahren über diese frühen Ausstellungen und was da die Inspiration war. Ja, wie gesagt, machte ich Sachen, also Zeichnungen tut ja jeder eigentlich irgendwie und meine Zeichnungen, meine Installationen, die ich bei Stampa zeigte, die kann ich dir gerne mal in einem Katalog zeigen oder auf Fotos. Das war Versuche, Räume zu machen, die ich sonst nicht machen konnte. Und als sehr junger Mensch, also auch als junger Architekt, kannst du ja noch gar nicht bauen. Also was du machen willst oder was deine Vorstellung ist von Raum, kannst du lange eigentlich gar nicht realisieren. Und deshalb war das Zeichnen und auch in einem geschlossenen Raum oder einem kontrollierten Raum wie eine Galerie Räume aufzubauen, das waren Räume aus Teer, Asphalt, das war auch Holz, Arbeiten mit Holz, sind eigentlich solche frühe Versuche. Und viele von diesen Sachen sind dann in irgendeiner Art und Weise auch in die Architektur von Pierre und von mir eingedrungen. Es ist ja interessant, dass es dann zur Begegnung kam mit Josef Beuys und wir haben oft in den letzten Tagen gesprochen über so frühe Begegnungen. Für mich war ja die Begegnung mit Gerhard Richter entscheidend und auch diese erste Ausstellung damals in Sils Maria, wo ich gelernt habe, eine Ausstellung zu machen, ein Buch zu machen und das war irgendwie eine wirklich sehr wichtige Erfahrung. Für mich war das ja ähnlich mit Beuys, du bist Beuys sehr früh begegnet, Pierre und du sagst Beuys sehr früh begegnet. Es kam dann zu dieser Zusammenarbeit. Kannst du ein bisschen dazu was sagen? Du hast mir ja auch mal gesagt, dass das wirklich eine Epiphanie war. Es ist da etwas ganz Entscheidendes passiert. Also vielleicht zum Thema Lucius Burckhardt noch zuerst, weil das kommt dann am Schluss vom Gespräch gleich wieder rein. Lucius war ja unser Lehrer an der ETH 1971. Also wirklich sehr früh. Und dann der andere wichtige Lehrer war der Ossi. Das war wieder Norden und der Süden, der sich irgendwie begegnet. Das sind europäische, südeuropäische und nord-europäische Kulturen. Und Beuys hat diesen Konflikt mal verschärft oder bereichert, indem wirklich Beuys, man sagen kann, dass das eine Art nördliche oder germanische Kultur ist. Und bei Beuys hat uns fasziniert, das haben wir auch wirklich, glaube ich, intensiv verinnerlicht, ist diese ganz andere Idee von Materialität. Material nicht einfach als etwas Technisches, sondern Materialien eine ganz andere Bedeutung abgewinnen und auch eine ganz andere Qualität fruchtbar zu machen. Und das gab es nicht in Architektur. Architektur war natürlich nach der Moderne, die auslaufende Moderne, irgendwie tot. Und es gab einfach Materialien, die einem besser oder schlechter gefallen. Das ist ja auch okay. Aber dass Materialien noch andere Qualitäten haben, das ist ganz eminent von Beuys gekommen. Und prägt unsere Arbeit bis heute, dass die Materialität zur Räumlichkeit, zur Tektonik, zur Struktur, eine weitere wichtige Eigenschaft ist, die ja wir Menschen empfinden können, wahrnehmen können. Und unsere Figur ist halt sehr visuell, vor allem visuell. Und deshalb ist dieses Insistieren in Materialität, jetzt zuletzt auch mit dem Bau, den wir machen durften für Ricola, der aus Erde ist, hat sicher mit diesem Impuls von Beuys zu tun. Wir haben ja auch in den letzten Tagen mehr ausgesprochen über Picasso und die Momente, wo es in Basel diese Abstimmung gab zu Picasso. Es gab ja immer wieder solche Momente in Basel, wo es ein Commitment gab zu einem Künstler. Dann gab es eben den Ankauf damals von Beuys. Und das hat ja die große Polemik ausgelöst. Und das war eigentlich der Auslöser für eure erste ganz konkrete Zusammenarbeit. Kannst du dazu vielleicht noch etwas erzählen? Wir waren, Pierre und ich haben ein paar Jahre Kostüme und einen ganzen Fasenszug entworfen. Das war eben auch in dieser Zeit als Studenten noch und wo wir eigentlich nicht bauen konnten. Und so ein Fasenszug ist ja eine Art Living Sculpture. Er hat etwas sehr Physisches, also etwas Großmassämisches, das dann in der Stadt auch existiert oder sichtbar wird. Und das war eine Möglichkeit für uns, uns auszudrücken. Und das letzte Mal, als wir das machten, der Abschluss quasi dieser Arbeit war dann der Zug mit Beuys, wo wir diese Abstimmung eben zum Anlass nahmen zu sagen, dass wir nicht eine ironische Arbeit machen wollen, also etwas parodieren. Das hat uns irgendwie gelangweilt, das war irgendwie wie ausgelaufen. Das war auch unser Abschluss von überhaupt Phasnacht als für uns wichtige Zeit oder wichtiges Ereignis zu erleben. Und dann haben wir gesagt, Beuys hat einen Bezug zur rheinischen Tradition, zu rheinischen Gebräuchen, also zu Phasnacht ist ja so ein Brauch, der quasi auch bis Köln und in anderen Städten auch in Deutschland existiert. Haben wir uns gedacht, er könnte auf diesen Vorschlag einsteigen, das hat er danach gemacht. Dieter Köppling war ja dagegen, weil er bewunderte Beuys so sehr, dass er dachte, man kann gar nicht an ihm so etwas Unwichtiges, so etwas Doofes fragen. Er wollte uns davon abbringen. Ja, wollte uns davon abbringen und hat uns aber trotzdem den Kontakt hergestellt. Wir gingen zu Beuys und den Drahtgeplatz und das war eine ganz wunderbare Gegendung für der und für mich in diesem Studio. Wenn du reinkamst bei Beuys, hat es riesige Filzhaufen gehabt, die mit Kopfplatten zugedeckt war. Es hat nach einem ganz eigenartigen Geruch von Fett und Filz, aber unglaublich positiv. Also es hat diese Ästhetik des Hässlichen, wie damals viele Leute das so als etwas Hässliches wahrnehmen, hat sich als eine unglaubliche Schönheit uns offenbart und geöffnet. Und das war wahrscheinlich wichtiger als rein mental oder intellektuell diese Ideen von Materialität zu kennen oder zu erfahren. Dann war dieses physische Wahrnehmen am Ort, selbst bei Beuys und Beuys hat sich dann bereit erklärt, uns diesen Zug zu entwerfen oder mit uns diesen Zug auf die Beine zu bringen. Wir waren dann quasi seine Assistenten für diese Arbeit. Und wie gesagt, es war nicht eine Parodie, sondern es war eine Art Kopie dieser Arbeit, die von der Stadt angekauft wurde oder vom Kunstmuseum in einer Art Republik, die aber während der Fasnacht von den 60 oder 70 Mitgliedern und der Clique durch die Strassen geschleift wurden und dann am Schluss abgelegt wurden. Also auch diese Rituale waren ja sehr wichtig für Beuys. Und dass das quasi wie eine Performance ist und das Resultat, das Kultur, die da draußen stand, Feuerstätte 2, eigentlich die Überreste einer Performance sind. Und all diese Sachen so zu erfahren, wie sie entstanden sind, das Denken damit, also auch die Vorstellung, die von uns kam, nämlich dass das eben eine Skulptur ist und nicht eine Parodie. Dass das nicht eine Parodie ist, dass man diesen Karren oder diese Stahlplatten quasi irgendwie imitiert oder karikiert, sondern dass es das, was dargestellt ist, selbst eben eine Skulptur ist. Das hat es so nie gegeben und das war für uns sicher eine wichtige Frage. Also das war Beuys und dann gab es ja, wie du mir immer wieder sagtest, auch den Glücksfassismus. Sehr viele Bezüge gaben Basel zur Kunst, die großartige Museumslandschaft hier und auch Künstler vor Ort, vor allem der Dialog mit Remi Zaug. Aber bevor wir darüber sprechen, wollte ich fragen, wann denn die Begegnungen mit dem Werk von Gerhard Richter schaffen? Ich erinnere mich bei unserer allerersten Begegnungen, haben wir eigentlich wenig über Beuys gesprochen, vor allem über Richter gesprochen. Wann hat das begonnen? Wann hast du Richter zum ersten Mal gesehen? Also Richter war auch früh sehr wichtig, weil einfach, sag ich mal, was mich persönlich an Richter immer faziliert, ist eigentlich die Schönheit seiner Arbeit. Und Schönheit ist etwas, dass unsere Arbeit natürlich auch sehr wichtig ist, dass sie akzeptiert wird. Und Schönheit ist etwas Verpöntes, ist aber das Begriff etwas, das ich immer wichtig fand und das ja sogar in der Studentenbewegung in den 60er, 70er Jahren natürlich verpönt war, zugleich auch von den interessanten Theoretikern. Und Marcuse, vor allem, was sie auch ganz kompativ als Begriff in den Raum gestellt wurde. Und Richter, ich habe ihn auch schon gefragt zu dem Thema, das interessiert ihn fundamental. Und Schönheit ist aber schwierig herzustellen, weil Schönheit ist meistens mit Kitsch verbunden und mit Sachen, die man so eins zu eins nicht einfach ansteuern kann, sondern man muss wie einen Weg finden dazu. Und das ist für uns ständig auch irgendwie ein Thema. Nicht, dass wir sagen, wir wollen etwas Schönes machen, aber das schwingt irgendwo mit. Schönheit aber auch in einem sozialen Sinn, nämlich, dass die Menschen etwas mögen und etwas akzeptieren. Weil Architektur nach Meereskunst muss akzeptiert werden können, damit die Menschen damit umgehen. Es muss ja in einer Stadt stehen und es muss im öffentlichen Raum funktionieren, vor allem öffentliche Architektur. Aber bei Richter war das wie ein Einstieg, dass das einfach, du spürst, dass Junge, da ist irgendetwas. Und mit der Zeit erst merkst du, was das alles sein kann. Und dann war es so, dass meine Frau ihre Lizenzialarbeit in Kunstgeschichte über den Atlas von Beuys machte, Ende 80er, Anfang 90er Jahre, zu einem Zeitpunkt, wo der Atlas eigentlich nicht bekannt war, den kannte niemand. Und der Atlas lernte ich so kennen. Und das hat sich als unglaublicher Fundus, was er ja ist eigentlich, herausgestellt, weil sich da drin sehr viele Sachen fanden, die wir dann auch durchstöberten. Wie Fragen des Maßstabs, des Überspringen von Maßstab, des Kleinen, des Großen, was ist Wirklichkeit, was ist Erscheinung der Wirklichkeit. All diese fundamentalen Fragen für Malerei sind auch fundamentale Fragen der Architektur. Das war ja auch der Anfang unserer Diskussion mit Richter, weil das war zu dem Zeitpunkt, wo wir diese Aufstellung gemacht haben mit ihm in Sils Maria. Und Richters Atlas hatte ja immer diese Fotos und dann auch die ersten übermalten Fotos waren ja im Atlas. Und es war eigentlich bei der Sils-Aufstellung zum ersten Mal, dass sie die übermalten Fotos dann aus dem Atlas ausgewandelt sind, in die Aufstellung. Sie sind ja auch hier in unserer Aufstellung hier in Rien vertreten mit einer großen Wand, dieser übermalten Fotos. Also in Sils war das damals zum ersten Mal und das war ja, ist ja ein weiterer Bezug, das Engadine. Und du hast es vorher erwähnt, irgendwie Aldo Rossi und Lucius Burkhardt, das hat mich fast ans Engadine erinnert. Irgendwie diese merkwürdige Begegnung des Lichts, des Südens und des Norden, das ist ja wie ein Oxymoron, was da passiert. Und du bist ja auch hier in Sils-Maria. Ich habe die Ausstellung auch gesehen, die du gemacht hast, eine ganz wunderbare Ausstellung im Nietzsche-Haus, mit dieser Kugel, die er am Boden gestellt hat, die für Richter bis heute, glaube ich, eine wichtige Arbeit ist. Diese Reflexion und diese Konzentration in diesem platonischen Objekt drin, sozusagen. Ich wollte zum Atlas, was ich durch diese Zeit noch etwas sagen, was uns auch faszinierte dann, wo der Atlas ein Ausgangspunkt war, ist, Im Atlas hat es ja so Entwürfe von Monumentalarchitekturen, die mit so wolkenartigen und ähnlichen Wandmalereien, Ideen von Wandmalereien, ausgestattet würden. Die Frage, die uns damals beschäftigt, ist nicht so gesagt so sehr die Monumentalität oder die Klassizität dieser Entwürfe, sondern die Frage, kannst du aus Bildern Räume machen? Können Bilder, quasi Kammerstruktur mit dem Bild mehr machen als nur etwas Dekoratives? Und das hat uns sehr inspiriert, weil wir ja sehr grosse Umwege auch über das Ornamentale machten, dafür wurden wir zum Teil auch kritisiert oder falsch verstanden, weil viele dachten, das sei etwas Dekoratives oder Eklektisches. Dabei ist es einfach ein Versuch, mit etwas anderem, als dem herkömmlichen Architektur zu generieren, das ja nicht so selbstverständlich ist. Es gibt ja keine tradierte Kultur mehr in dem Sinn. Und da gab es einen Versuch dann, wir haben mit Thomas Ruf ja dann die Bibliothek in Edoswalde gebaut, die eigentlich total tätowiert ist aus Bildern. Und vor allem wollten wir mit Gerhard Richter ja dann diese Bibliothek in Jussien in Paris machen, haben wir das Wettbewerbsprojekt eigentlich aus richterschen Bildern hergestellt, aber das Projekt, wir haben den Wettbewerb dann nicht gewonnen und das Projekt wurde, auch das Gewinnerprojekt wurde nie realisiert. Aber das war eigentlich der größte, am meisten oder am grössten angelegte Versuch, mit Gerhard Richter eine konkrete Arbeit zu machen. Das ist ja relativ wenig bekannt, vielleicht wäre es interessant, um uns ein bisschen mehr dazu zu erzählen, zu diesem unversicherten Projekt. Gab es da einen Dialog mit Ihnen damals? Ja, also nicht wirklich. Also erst nachher haben wir ihm diesen Entwurf geschickt und er hat darauf auch reagiert, das hätte ihn auch interessiert, da weiter dann zu denken. Der Wettbewerbsentwurf war nicht in dem Sinn ein ausgeklügeltes Konzept zwischen Künstler und Architekt, sondern mehr ein Bandschub. Und es hat keinen Sinn, so etwas so konkret zu machen, wenn du nicht weisst, ob du dann irgend überhaupt zu Zune kommst. Aber das war eine interessante Vorlage, war eigentlich diese Porträt-Serie der berühmten Männer von Gerhard Richter. Es gibt ja so viele Bezüge, also du hast das mit der Schönheit, aber Gerhard Richter sagte im Interview, was wir geführt haben für den Katalog, dass Schönheit so in Verruf geraten ist, liegt auch daran, dass so viel hässliche Dummheit als schön hingestellt wird. Diese ganze Vorbildkultur, die wir in Film und Fernsehen und in Magazinen haben, zeigt eine Schönheit, die verlogen und verblödet ist. Und vielleicht ist deshalb Pässlichkeit so sehr angesagt, die Gesellschaft anesthesiert sich. Also das war ja auch sehr interessant, diese Diskussion, die ihr hattet hier im Basel vor ein paar Tagen über Schönheit. Und dann der Bezug natürlich zu diesen Räumen, weil die Räume, die es bei Richter gibt im Atlas, diese unrealisierten Räume, hat zu tun mit deinen frühen, unrealisierten Räumen. Und es ist interessant auch, wenn er über diesen fast sakralen Aspekt von diesen Räumen spricht. Wieder im Interview sagt Richter, wenn er über die zwei Skulpturen für einen Raum von Palermo spricht, dass dieser Raum durchaus etwas Sakrales hatte. Und das widersprach dem Zeitgeist damals, der gesellschaftliche Relevanz fordert, dass es eigentlich wie Tablus waren. Aber vielleicht ist es interessant, dass du uns ein bisschen noch etwas erzählst zu der realisierten Zusammenarbeit. Es gibt eben dieses Schuss-Jö-Projekt, das hat sich nicht realisiert, aber dann gibt es ja das Fransium-Bild, was für San Francisco entstanden ist. Also das ist ja eure bisher größte Zusammenarbeit, das ist ein sehr großes, 9 Meter großes Format. Und das ist ganz wichtig, dass man das betont, weil auf der Einladungskarte, die Sie alle gesehen haben für den Talk heute, sieht man dieses Bild, aber man kann nicht da sehen, wie groß das Bild wirklich ist. Es ist ein monumentales Bild von Richter in eurem riesigen Raum, dieser riesigen Halle von dem Dejan Museum. Kannst du uns ein bisschen erzählen, wie es dazu kam? Also das ist natürlich in einem viel klassischen Sinn eine Zusammenarbeit. Es ist, auf unser Drängen oder unser Vorschlag kam Richter, wurde ihm auf Richter zu und Richter, den haben sie vor allem genommen, das ist eine sehr konservative Museumslandschaft dort in San Francisco, weil das ein teurer Künstler war. Also von da gesehen ist das eigentlich nicht im richterschen Sinn, aber Richter hat sich dann überzeugen lassen, weil letztlich ist es einfach ein toller Ort für eine so schöne Arbeit. Und es hat ihn damals diese Idee von Stronzium, also das war wieder sein Zeitungsfunk, das er in der Frankfurt allgemein gefunden hat, das hat er mir uns mal gezeigt, dieses kleine Bild. Und da hat er dann das zuerst in Malerei umzusetzen versucht und vor allem die amerikanischen Sponsoren, die wollten unbedingt, dass das eine gemalte Arbeit ist, weil sie das natürlich als wichtiger und wertvoller einschätzen als eine Foto. Es wurde dann eine auf fotografischem Verfahren beruhende Arbeit, die wie du sagst monumental ist und so eine monumentale Arbeit kannst du auf einer Fotografie gar nicht richtig wahrnehmen. Pierre und ich waren vor etwa einem Monat zuletzt dort und waren beeindruckt, wie die Arbeit funktioniert, räumlich, weil unser Maßstab zu deinen bescheidenen Dimensionen, Menschen-Dimensionen ist natürlich sehr wichtig, weil wenn du dich im Raum unterwegs hast, die man auch hier in der Ausstellung bekommt, das ist etwas eminent Träumliches. Und wenn du auf das zugehst, ähnlich wie bei den Streifenbildern, dann verlierst du dich, also das hat einen sehr großen Impact auf dein Dastehen und ich glaube, das ist auch etwas eminent Wichtiges in der Kunst, dass das letztlich dich auf dich selbst zurückwirft, auf den Wahrnehmung zurückwirft und deine Präsenz hier und da, fast im Remi-Zaug-Sinn. Und das führt uns dann zu Remi-Zaug und wie Eric Hobsbaw mir immer sagte, wir müssen gegen das Vergessen protestieren. Es ist wichtig, dass wir uns heute an Remi-Zaug erinnern, den Freund von dir und Pierre, mit dem wir so viel gemacht haben. Das ist sehr interessant, mir ist auch beim Aufbau hier aufgefallen, wie wir über die Räume gesprochen haben von Gerhard Richter, ein frühiges Gespräch, das wir mal hatten, über Räume von Donald Jart. Und du hast ja gesagt, dass sehr früh für dich auch Donald Jart wichtig war, Richter, Preuss und Donald Jart. Und es gibt ja von Remi-Zaug dieses wunderbare Buch, Liste der Unschuld, was sich auf Jart bezieht. Vielleicht ist es interessant, dass du uns dazu noch ein bisschen was sagst, die Einflüsse von Jart. Also das hat uns sicher nachhaltig geprägt, die Begegnung mit Remi, das war auch Anfangs Mitte 70er Jahre, das ist einfach, dass du mitkriegst als Teil deiner Biografie, weil Remi war hier, war eigentlich ein, fast bis zum Schluss seines Lebens, ein unterschätzter und auch zu wenig erfolgreicher Künstler, wenn man an seine Qualität denkt. Und sicher ist das Buch. Lange hat das quasi, war das eigentlich wichtiger oder wurde als wichtiger wahrgenommen, als die eigentliche künstliche Arbeit, die er machte. Und Remi, wir haben so viel mit Remi gemacht, das ist was Schwieriges da, wir hatten eine Anknüpfung zu finden. Mit Remi haben wir fast systematisch versucht, die Möglichkeit der Zusammenarbeit oder die Möglichkeiten, wo Kunst und der Struktur sich begegnen, auszuloten. Also wirklich von Bild zur Welt sozusagen. Und bis hin zu stadtplanerischen Arbeiten in Ausland, also in Dijon, aber natürlich auch in Basel. Also viele der Sachen, die heute in der Stadtplanung oder oft sehr im Planung der Stadt angelegt sind, die wir in dieser Arbeit, die ursprünglich vom Gewerbeverband ausgegeben wurde, Basel, eine Stadt im Werden, Fragezeichen, das ist natürlich ein typischer Zaukscher Titel, weil der Titel eine Frage ist, legt immer so im Zweifel eine gewisse Gewissheit, präsentiert eine gewisse Gewissheit, aber mit einem Zweifel verbunden. Und der Vorschlag ergibt sich jeweils aus einer Beschreibung und nicht aus einem affirmativen Behaupten. Und das ist sicher natürlich nicht etwas, das von Remy zu uns kam, aber das hat sicher mit der Zeit da zu tun, da sind wir auch dabei mit Zuspruch gehabt, dass das Beobachten oder das Wahrne in der Welt so viele Antworten eigentlich latent anbietet, dass wir es immer als unverschämt und bis heute das unmöglich finden, affirmativ quasi einzugreifen, wenn sie so an softere und unschuldigere Varianten anbieten, wo wir nicht als Autoren hinstehen müssen, sondern uns quasi verstecken können hinter einer Bewahrnehmung. Das ist vielleicht die wichtigste gemeinsame Ebene und die wichtigste gemeinsame Ebene, auf der wir uns trafen mit Remy, über Jahre hinweg. Und auch das ist ja etwas, das zu Richter führt, weil auch für ihn ist das ja, das Leben von Fotografie als Vorlage ist ja auch für ihn häufig auch ein Versuch, dass die Autoren schafft, quasi zurückzuspielen oder runterzuspielen. Und ein weiterer Aspekt, der sehr damit zusammenhängt, du hast es ja bereits angesprochen, mit Dijon, ist ja dieses Projekt für den Campus der Universität in Dijon, was halt nur partiell realisiert war, was Regierungswechsel gab und die Sozialisten da dann irgendwie nicht mehr dieses Projekt fortsetzen konnte, was eben den Regierungswechsel gab. Es ist ja sehr interessant, dieses Projekt, auch vor allem den unrealisierten Teil dieses Projektes heute sich wieder anzusehen, was da ja auch darum ging, quasi einen ganzen Campus oder eine ganze Stadt, fast wie eine malerische Oberfläche, sich anzusehen. Das hängt auch viel damit zusammen, was wir hier gesprochen haben bei der Pressekonferenz, wie es ging um die Oberfläche der Malerei oder auch Stadtbilder. Und du hast ja mal gesagt, dass quasi Remy hat auf diesem Campus geguckt, dass ob es die Oberfläche war einer Malerei. Und das war für euch, glaube ich, irgendwie wichtig. Kannst du noch ein bisschen dazu was sagen? Das war ein ganz wichtiger Zentralpunkt, den du da erwähnst. Remy hat natürlich als Maler geschaut und nicht als Soziologe. Aber wir als Architekten müssen natürlich auch die Menschen berücksichtigen. Remy hat natürlich diese Menschen möglichst eliminiert, um zu einem klaren Bild zu kommen. Das eine schließt das andere nicht unbedingt aus. Und Remy hat ihm die grösstmögliche Klarheit angestrebt und dieses Anekdotische weggelassen. Das ist natürlich eine gewisse Gefahr, dass das sogenannte Anekdotische bei Stadtplanung, je nachdem wichtiger ist als das Formale. Aber es ist natürlich eine sehr französische Haltung auch, in dem ist Remy vielleicht auch von der französischen Kultur beeinflusst. Und Dijon als Auftrag gebt, die Universität von Dijon hat das eher möglich gemacht, als man das in einem Plan in der Schweiz, zum Beispiel, weil die Franzosen natürlich eine ganz andere Tradition haben, zur Stadt und auch zur Landschaft. Also eine viel, sage ich mal, nicht im gleichen Sinn demokratische wie unsere. Ein weiterer Punkt, der vielleicht interessant ist, den du auch in unserem allerersten Gespräch über Richter mal erwähnt hast, ist dieser Aspekt der Skepsis, also immer wieder auch zu zweifeln. Also du sagst jetzt einmal, dass immer auch wieder das Hinterfragen von irgendwelchen Konklusionen, von Dingen, die man als gegeben annimmt, das permanente Hinterfragen, das ist ja bei eurer Arbeit sehr wichtig. Kannst du dazu vielleicht uns noch was sagen? Das klingt natürlich gut, wenn man das sagt, aber es ist aber fundamental. Und das ist das Einzige, was besser wird im Alter, dass man einfach mehr Erfahrung hat und auch mehr weiß, was funktioniert und was nicht funktioniert und dass man nicht so schnell einfach nur begeistert ist von einer Idee und dass man einfach, gerade in der Struktur ist das einfach fundamental, weil du stellst das hin, gerade öffentliche Aufträge und dann funktioniert es oder funktioniert es nicht und wenn es nicht funktioniert, ist das ein Debake für eine Stadt und letztlich eine Ruine. Als Künstler kannst du ein Bild wegschmeissen oder eine Skulptur und das ist weniger schlimm. Und gut, am schlimmsten ist es bei einem Arzt, diese Skepsis und diese Überlegung, die du vor dem eigenen Stadt führst. Aber ich denke, es ist für jeden Beruf wichtig, die Skepsis als eine Chance und der Zweifel, als eine Chance und nicht als eine Unsicherheit im negativen Sinn. Es ist eminent wichtig, dass dieses Verhältnis von Zweifel und von Gewissheit, finde ich eine unglaublich spannende Frage. Und dann vielleicht der weitere Punkt, die Farbe. Du sagst mir mal, dass ein Architekt weiss oftmals nicht oder eine Architektin weiss nicht, was mit Farbe zu tun. Also eigentlich, dass kein Architekt im 20. Jahrhundert irgendwie Farbe verstanden hat. Also diese interessante Diskussion mit Bruno Taut, der auch einmal wieder versucht, irgendwie Farbe einzubühren, die irgendwie in der Moderne verschwunden ist. Und das ist ja etwas, das auch immer sehr wichtig war für dich im Zusammenhang mit der Kunst. Das ist ein sehr allgemeiner Punkt, aber da ging auch nicht wieder. Ich denke einfach, es ist wichtig, dass man das macht, was man kann, und das andere ebenso bewusst nicht macht. Und der Umgang mit Farbe ist, Architekten lieben, dass dabei vergessen Sie, dass das im besten Fall auf einer Geschmacksebene stattfindet. Taut und der Gobise haben immerhin eine ganze Konzeption, eine ganze Theorie der Farbe hergenommen, bevor sie dann eine Fläche so oder so anmalten. Und wir haben ja gerne mit Farbe, wenn es um Farbe geht, immer ganz bewusst einen Künstler beigezogen. Das war Adrian Schies. Dann war es aber vor allem natürlich wieder Remi Zauck, der bei dem Farbe, wie wir wissen, eine unglaublich präzise Verbrennung darstellt. Und wir haben in einem Projekt, das vielleicht viele hier nicht kennen, nämlich das Laban Dance Center in London. Das ist eine ganz wichtige Arbeit, die ich für uns habe mit Michael Craig Martin zusammengearbeitet, die eine ganz andere Hingehensweise zu Farbe hat als jetzt Remi. Und ich denke, wenn man als Architekt alles selber macht oder jetzt auch Farbe selber einsetzt, wiederholt man seine Vorlieben. Während mit einem Künstler trittst du eine ganz andere Welt ein. Und Michael Craig Martin hat so eine andere Konzeption von Farbe. Und das hat das Gebäude wunderbar inspiriert. Und das siehst du dort. Und es ist vielleicht doof, das zu sagen, aber Michael hat Farbe, hat etwas sehr Britisches. Es hat mich fast an die Beatles erinnert. Und es ist noch schwieriger zu sagen, weil es zeigt, dass du Farbe häufig auch so emotional wahrnimmst. Und auf dieser emotionalen Ebene würde ich das jetzt so nennen. Aber klar, du kannst es natürlich anders angehen. Und Michael würde anders darüber sprechen, würde seine eigene Konzeption nicht als politisch wahrnehmen, sondern würde über die Komplementarität sprechen und über andere Dinge. Und bei Remy war das wieder ganz anders. Und es ist toll, dass es Gebäude gibt, die man machen kann, die sowohl diese oder auch diese künstliche Welt in sich traten. Also etwas ganz Autonomes eigentlich. Ich dachte mir, es wäre spannend, jetzt in diesem zweiten Teil des Gesprächs ein bisschen, aber wir haben viel über die Vergangenheit gesprochen, über Projekte, die heute relevant sind, aber die aus der Vergangenheit kommen, dass wir jetzt über neue Projekte sprechen, die Dinge, an denen wir arbeiten, an denen wir zusammenarbeiten. Und etwas, was sehr interessant ist, ist auch im Zusammenhang mit Remy Zauk, wir waren ja zusammen hier im Basel an dem Tag, wie wir dann die Trauheit erleichtert bekommen haben und haben den Tod. Und da hast du mir sofort gesagt, etwas, was dir sehr wichtig ist, dass es irgendwann einen Ort gibt, so dieser Dialog, den du hast mit der Kunst, vielleicht festgemacht werden kann. Ist das etwas, worüber du schon reden kannst, oder ist das noch zu früh? Ja, es ist ein bisschen zu früh. Aber Pierre und ich haben natürlich eine wirklich sehr enge und spezielle Beziehung mit Remy und wir haben ein paar Arbeiten von ihm und wie wir von anderen Künstlern arbeiten haben, nicht im Sinn einer Sammlung, aber das sind quasi Nebenprodukte oder Abfallprodukte und unsere Zusammenarbeiten und wir versuchen, die zusammenzubringen und irgendwie auch zu zeigen und in einem Sinn, dass eben dann dieser Künstler oder diese Künstlerin dann auch entsprechend wahrgenommen wird. Aber im Falle von Remy wollen wir wirklich versuchen, etwas zu machen, das seiner Bedeutung gerecht wird. Und das finde ich toll, also, dass du auch, jetzt auch im Fall von Lucius, wirklich interessiert bist an künstlichen und kreativen Qualitäten und es gibt natürlich so Phasen, wo gewisse Architekten oder Künstler verschwinden oder fast verschwunden sind und dass die Ausstellung, die du machst oder gemacht hast, häufig diesen Denken oder diesen kreativen Energien wieder zur Sichtbarkeit verhelfen und die Welt wieder inspirieren. Weil darum geht es ja letztlich. Und das führt uns ja zu dem Projekt jetzt in Venedig, was in ein paar Wochen eröffnet im Schweizer Pavillon während der Architektur-Biennale, die ich skoate hier von Remy Kohl aus. Und da ist ja ein ganz neues Experiment, was auch eine neue Zusammenarbeit ist für euch mit einer neuen Generation von Künstlern. Die Idee war ja, eine Hommage zu machen einerseits an Cedric Price, den grossen englischen Architekten, sein unrealisiertes Fun Palace-Projekt wieder zu besuchen, als ein Modell für eine Kulturinstitution des 21. Jahrhunderts und gleichzeitig den grossen Basler Lucius Burkhardt wieder zu besuchen. Und ganz wichtig, dass es auch international wieder wahrgenommen wird, diese beide Werke, sowohl Price als auch Burkhardt, sind ja vor allem auch so große Archive von Zeichnungen irgendwie präsent, weil weder Price noch Burkhardt haben viel gebaut. Es sind eigentlich zwei der sehr oder nicht einflussreichsten Architekten, Urbanisten, Denker über urbane Fragen des 20. Jahrhunderts, die aber ihren Einfluss eigentlich mehr durch Ideen, durch Zeichnungen, die haben gemacht, einfach durch gebaute Realität. Und die Idee ist ja in Venedig durch eure kuratorische, durch euren kuratorischen Input, aber vor allem auch durch dieses Display, woran ihr arbeitet und dann die Zusammenarbeit mit den Künstlern. Tino Segal ist hier heute und Philipp Pareno, Dominique Gonzalez-Förster, viele andere Künstler und Künstlerinnen werden da mitarbeiten. Vielleicht ist es ganz interessant, wenn wir darüber noch ein bisschen reden. und vielleicht beginnt, du hast am Anfang gesagt, wie wichtig Lucius war für euch in Zürich während dem Studium. Er hat ja sehr experimentelle, pädagogische Methoden auch getestet. Wie war das? Wie habt ihr das erfahren damals? Also Lucius war eigentlich eine Art Freak, muss man sagen, damals an der Schule. und er wurde ja dann auch abgesägt, weil als dann Dolch Nebel und Aldo Rossi kam, kam eine Art Renaissance der Architektur als Architektur. Während Lucius ist eigentlich eine Art, war der letzte Moikan quasi an der Schule der 68er Bewegung und das hat der Schule natürlich extrem gut getan, weil Lucius sozusagen in das Nest, in das polytechnische Nest eingestochen hat, wie eine Wespe. und das Polytechnische war ihm ja ein Leben lang etwas unbehaglich und hat das auch kritisiert und hatte immer davon geträumt, eine Architekturschule in Basel zu gründen, die aus der Geisteswissenschaft und aus den Humanwissenschaften herausgehen sollte. Und Lucius war für uns extrem wichtig als Denkers Anstößer, als Anstossender von anderen Gedanken. Damals war, wie ich vorhin sagte, Architektur eigentlich verpönt, man konnte nicht zeichnen, es war eigentlich, die Gesellschaft war so in einem Umbruch und man dachte, noch viel stärker, dass Architektur neu konzipiert, neu angegangen werden musste und Lucius war das sicher einer der Vordecker. Und ebenso sehr, wie das wichtig war und uns inspiriert hat, war es für uns dann wichtig, das auch aufzugeben, um mit Aldo Rossi endlich an Architektur zu arbeiten, weil das Architekt musste ja letztlich auch wissen, wie das geht und nicht nur wissen, wie es nicht geht oder wie man es verhindert. Bei Lucius war ja auch irgendwie ein Verhinderer und das ist dann nur dann gut, wenn zu viel entsteht. Wenn man eh nichts macht, ist das Verhindern dann kontrapositiv. Also Sie sehen, ich bin immer ein bisschen hin- und hergerissen und periodischbar und sowohl gerne bei Lucius als auch gerne dann bei Aldo Rossi und ich denke, es kann dir nichts Besseres passieren, als diese zwei Einflüsse zu haben. Und es hat uns extrem gefreut, dass du mit dieser Idee auf uns zukannst und dass wir da mithelfen konnten, für Burkhard eine Installation vorzubereiten in Venedig. Und ich finde, das, wenn wir schon mit Zusammenarbeiten reden, ist für mich etwas vom Interessantesten gewesen und mit den Künstlern und Künstlerinnen, die du erwähnt hast, so in Tino Siegel vor allem und das war eine wunderbare Arbeitssitzung bei uns in Basel, weil da am Schluss etwas herausgekommen ist, das gar nicht im klassischen Sinn eine Installation ist, wie man sich das vorstellt, etwas sehr Physisches, sondern wirklich dieser Idee oder dieser Ideenwelt von Lucius Burkhard und Zedric Price gerecht werden. So, es ist der wie eine Art Theater. und das wäre nicht möglich gewesen, ohne diese diversen Inputs von diesen Künstlern und von dir, mit denen wir dann zusammen letztlich zu diesem Konzept gekommen sind. Ich denke, das hätte dem Lucius ihm auch gefallen, diese Art von Herangehensweise. und das ist ja auch das Entscheidende, dass Leute, die nicht mehr da sind, die man aber irgendwie darstellt oder repräsentiert, dass das eine Form ist, die dem auch entspricht und nicht nur eine, von der man den Eindruck hat, sie entspricht dem oder die man versucht, irgendwie ästhetisch nachzubilden. Das war die große Gefahr. Das hat lange irgendwie nicht gestimmt. Ja, das hat ja auch wieder mit Archiv zu tun. Das ist ja fast ein Atlas von Lucius Burkhard vorhanden. Wir haben den mit Lorenza und Shelley damals und euch besucht und mit den Künstlern und die Idee war ja, dass ihr fast atlasmäßig, so die Tafeln, das hat ein bisschen mit Abi Warburg zu tun. Wir haben gestern darüber noch mit Schauschetti Übermann gesprochen, der einen der Katalogtexte mit Dieter Schwarz hier verfasst hat für die Gerhard-Richter-Aufstellung. Das hat fast mit diesem warburgschen Prinzip zu tun, diese Tafeln. Kannst du dazu noch was sagen? Wir haben auch versucht zu begreifen, was sind eigentlich die Schwerpunkte von Lucius' Arbeit und wir wollten nicht, bevor das Archiv aufgearbeitet ist, da irgendwie von uns aus diese Ebenen festlegen, sondern wir haben dann mit Hilfe von Markus Ritter vor allem uns verständigt, dass es so Arbeitsgebiete gibt, Felder gibt, ohne dass wir die nennen, so dass sich quasi feste Kategorien bilden. Das war nur das Erste. Es gibt ganz verschiedene Felder, wir wollten nicht zu kategorisch jetzt da das erfassen. Das heisst, dass wir eher versuchen zu schauen, in welchen Gebieten, also zum Beispiel die Akkarelle, dann Fotos, Zeitungsartikel, Texte, diese ganze reiche Welt von Lucius auszubreiten und jeweils auf Tafeln, die sind gerade so groß, in ganz einfacher Collagetechnik, eine große Fülle von diesem Material zu präsentieren und zwar so unprätentiös wie möglich, das heisst nicht eigentlich als etwas, das fest an der Wand ist, wie eine permanente Installation, von unseren Tafeln, die man vornehmen kann, wieder zurücklegen kann, fast wie bei einer politischen Demonstration oder wie, wenn man Alternativen zeigen könnte, so dass das auch nicht immer gleich dann ausschaut in diesem Ausstellungsraum, sondern dass das hin und her bewegt werden kann von den Akkörnern und wir haben dann ausser auf diesen Tafeln, wo man den Betrachter oder Besucher einen ersten Einblick haben kann von dem Material, was da ist, haben wir dann noch mehr Material in Archivschachteln zur Verfügung, werden wir zur Verfügung stellen, die dann quasi so wie hier, wo man dann betrachtet, das Zeug anschauen kann und sich mehr oder weniger mit diesen Sachen vertiefen kann, das heisst, das Archivarische, dass die Vielfalt, ohne dass es festbestimmt ist und die sehr individuelle Auseinandersetzung und auch das Didaktische, das damit verbunden ist, kommt mit dieser Präsentationsart wahrscheinlich gut zum Ausdruck. Es wird ein Lager geben, das ganze Archiv. Ja, vielleicht willst du das erklären mit den Akteuren. Ja, es wird eben ein Archiv geben, wo wir ein Archiv haben, wo diese ganzen Elemente versammelt sind und dann wird es eine Choreografie geben, die von den Künstlern und Künstlerinnen erarbeitet wird und diese Choreografie wird nie zu einmal die gleiche sein, während der ganzen Ausstellung wird das, also insofern ist es, hat es die Logik einer Ausstellung, es wird während den ganzen sechs Monaten, in Venedig ist es nicht, eine Performance jetzt nur, während ein paar Stunden dauert, und während den ganzen sechs Monaten wird diese Choreografie so durchgezogen. Und immer wieder, es gibt ja die Zusammenarbeit mit diesen ETH-Studenten, und Studentinnen, das ist ganz wichtig, mit Anregung von Tino Segal, der diese Choreografie mit der ganzen Gruppe zusammen erarbeitet, und die Idee ist, dass eben während sechs Monaten ETH-Studenten in Venedig sein werden, das hängt ja auch sehr stark mit eurer Arbeit zusammen, mit der ETH. Also was ich besonders interessant finde an dem Konzept, ist, dass eigentlich das Vermitteln, also das war vor allem uns klar bei Lucius Burkhardt, wenn da zum Beispiel darum geht, das Projekt, das er für die Kaserne Basel gemacht hat, das E-Club-Projekt, oder irgendwie ein Aufruf, ein Widerstand zu einem Autobahnprojekt, das ist so schwierig zu vermitteln, in einer Ausstellung, da hilft das dem Lucius nicht, wenn man das einfach so stehen lässt, deshalb entstand dann die Idee, dass mit vor Ort vorhandenen Vermittlern, also wie Hostessen, oder wie leer, die quasi mit diesen Trollis, das sind Fahrzeuge, die von der Uni Bibliothek Basel inspiriert wurden, Materialien, Archivmaterialien, den Leuten, die interessiert sind, vorzustellen, ganz konkret, und darüber zu berichten, warum geht es jetzt bei diesem Kaserne-Projekt, oder warum geht es jetzt bei diesem Widerstand gegen die Nordangente, und so weiter, und das Spannende daran ist nicht nur dieses Vermitteln, dass dann junge Leute den Besuch konkret etwas vermitteln, sondern dass diese jungen Leute, die vorher keine Ahnung, was von der Lucius ist, das sind Leute, die heute 25 Jahre alt sind, eine völlig junge Generation, mit sehr viel Begeisterung in dieses Projekt einsteigen, und diese Idee von Lucius damit in eine neue Generation einbringt, die sie auch weiter trägt, und ich glaube, das ist auch fundamental deine Grundüberlegung gewesen, weshalb Lucius in Venedig, wo ja eine sehr große Öffentlichkeit und wichtigöffentliche Plattform ist, weshalb man den Lucius dort auch präsentieren sollte. Wunderbar, ich glaube, es ist ein guter Moment, das zu öffnen, wenn es Fragen gibt, aus dem Publikum, der Jacques Herzog. Es gibt noch eine Zusammenarbeit in Venedig mit Stefano Boeri. Wie ist das? Es gibt eine Zusammenarbeit mit Stefano Boeri im gleichen Projekt. Wie ist das anzuschauen? Wie ist das positioniert? Es gibt verschiedene Schichten. Es gibt auch diese Sommerakademie, es gibt einen Marathon, es gibt die Sommerakademie, und diese Sommerakademie wird geleitet von Stefano Boeri und Lorenzo Barroncelli, und da werden Schulen, nicht der ETA, eben auch andere Schulen aus der ganzen Welt, also während den sechs Monaten der Biennale-Zeit da anders sein. Keine Fragen. Ja, dann habe ich eine letzte Frage an Jacques, und zwar, wir haben viel über realisierte Projekte gesprochen. Ich wollte mich fragen, ob es, man hat begonnen mit den Räumen, es hat eigentlich begonnen, das Gespräch mit unrealisierten Projekten, mit seinen künstlerischen Projekten, die nie gebraucht wurden. Wir haben gesprochen auch über Gerhard Richters unrealisierte Projekte, viele dieser Projekte, wie er sagte, waren auch nie gedacht, realisiert zu werden. Wir denken an das Museum, das Richter sich ausgedacht hat mit den tausend grauen Bildern, das geht aus von diesem Raum, den Sie oben sehen in der Ausstellung mit den grauen Bildern. Da hat er sich vorgestellt, ein Museum, wo quasi jeder Raum hätte ein graues Bild, das wären tausend solcher Räume. Es gibt von ihm auch unrealisierte Architektur, fast sozialbaumäßig, das ist sehr interessant, so gestapelte Sozialbauten, auch früh, ein Frühzeichen, es gibt, wie schon die erwähnt, diese ganzen unrealisierten Räume für Malerei bei Richtern. Es gibt ja sicher bei dir, bei euch, bei Herzog Thürmerer, abgesehen von deinen frühen künstlerischen Visionen, auch viele unrealisierte Projekte. Bei Architekten ist es ja so, dass wir eigentlich immer mehr wissen über die unrealisierten Projekte, als bei den Künstlern. Es gibt auch eine relativ große Prozentsaal immer von Projekten, Wettbewerbsentwürfen, die nicht realisiert sind. Da wollte ich fragen, ob du uns von einem unrealisierten Projekt von euch erzählen kannst, das mir ganz besonders am Herzen liegt. Wir haben früh einen Wettbewerb gewonnen in Basel für den Marktplatz Brunnen, beim Brunnenmacher. Und nicht, dass ich jetzt denke, wir sollten das unbedingt realisieren. Wir haben das gewonnen, aber es wurde nie realisiert. Aber was ich wichtig finde heute und was ich gerne machen würde, wo wir auch immer wieder dran rumbasteln, ist diese Idee der Topografie einer Stadt, die vergessen wird. Weil eine Stadt war ja auch mal Natur, wie das da, und dann hat sich in Schichten das überlagert, es wurde eine Strasse gebaut, ein Haus, und dann wieder etwas drüber. Die Tatsache, dass eine Stadt einmal Natur war, geht völlig vergessen. Und ich finde es wichtig, dass Stadt die Natur total zu steuert, wenn sie schon Stadt ist und dass sie eine Autonomie bekommt, eine unglaublich dichte Urbanität. Das finde ich fast am besten und das sind auch die Städte, die uns am meisten gefallen, sei es Manhattan oder sei es die alten italienischen Städte, die eigentlich alle radikal eine Umweltwälzung der Natur sind. Und dennoch ist es wichtig, in diesen Städten, in dieser neuen Natur sozusagen, Natur einzubringen auf eine eben neue Anweise. Und für uns war es wichtig, der Fluss, der quasi Basel geprägt hat, ist nicht der Rhein, sondern ist der Beersieg. Der ganz kleine Fluss, der diese ganz krummen Formen die es in der Altstadt gibt, erst provoziert es sozusagen. Und aber man versteht es heute nicht mehr, weil es hat nur noch diese grunnen Wasser. Und wir haben das immer interessant gefunden, entweder dieses Wasser mal zum Vorschein zu bringen oder akustisch den Lauf des Wassers zu hören. Und das verfolgt uns irgendwie bis heute, dass entlang dieser Achse entweder der eine oder andere wirklich tolle Brunnen stehen könnte oder auch dieses akustische Moment. das dann eine viel grössere Spannung erzeugt zur gebauten Stadt. Und wir haben in der Schweiz, Richter sagte mir übrigens, dass die Brunnen in Basel gefallen lieben. Und meinte auch die Brunnen mischen und so weiter. Aber ich finde umgekehrt, wäre es toll, wenn wir auch einen neuen Brunnen hätten, in dieser Achse, der wirklich der Stadt eine urbane Qualität gibt, eine viel urbanere. und zugleich auf diese alte Natur, auf diese alte Typografie. Das ist mehr als irgendetwas ein Gebäude, was du vielleicht meintest, als irgendetwas, was dir bedauert. Vielleicht für Pierre etwas eigentlich. Es gibt verschiedene Antworten. Man kann politisch antworten. Wenn ich politisch antworten würde, dann würde ich sagen, ein Projekt, das von unserem Projekt inspiriert wird, ab und nicht von uns ausgeführt wird. Ich habe gesagt, es gibt... Hallo? Hallo? Es gibt verschiedene Ebenen. Und ich kann eine persönliche Ebene, aber ich kann auch eine politische Ebene einführen. Und wenn ich eine politische Ebene einführe, dann würde ich ein Projekt jetzt erwähnen, das von unserem Vorschlag inspiriert sein sollte, heisst aber nicht, dass wir das ausführen wollen. Und dass es aber der Stadt gut täte, eben diesem Modell zu folgen. Und ich meine damit das Klinikum 2. Und Jack, du hast auch Manhattan Ever End vorher und eine Sache, über die wir nicht gesprochen haben, ist das Armory-Projekt. Da hängt ja auch sehr viel damit zusammen, mit Erinnerungen. Es hat auch mit diesem kleinstmöglichen Eingriff zu tun über den Workout, wie man gesprochen hat. Es ist ja etwas, was ihr so gefunden habt, wie in Readymade. Da gibt es ja dieses grossartige Buch, was wir uns auch mit dir und Gerhard Richter lange angesehen haben diese Woche. Kannst du uns dazu noch was sagen, eure Park Avenue Armory-Geschichte, die ja jetzt im Gange ist? Das Park Avenue Armory-Gebäude ist eigentlich ein Militärgebäude mitten in New York, an der Park Avenue. Eine Trail Hall, also eine Exerzierhalle und vorgeschaltet ist ein Kopfbau mit den Company Rooms. Das sind Offiziersräume, die von den bedeutendsten Designern, man kann es schon Designers des 19. Jahrhunderts, also Tiffany oder anderen, gestaltet wurden. Und das, wo wir den Auftrag bekamen, das ganze Gebäude Schritt für Schritt zu restaurieren. Und das ist zunächst schon mal eigentlich unglaublich, dass wir uns mit dem beauftragen, weil das ist vielleicht das historisch Wichtigste, das ist das typischste Gebäude in New York, das ist wirklich Hardcore-American, fast so in so Matthew-Barney-schen Sinne. Und das finden wir natürlich toll, dass wir diese Aufgaben bekamen, vor allem bei mir, Renovation oder Restauration oder Preservation, es gibt ja sehr viele Begriffe um dieses Gebiet herum, mit dem Bestehenden umzugehen, wir natürlich aus einer ganz anderen Perspektive, aus einer europäischen Perspektive wahrnehmen und auch ausführen, als das die Amerikaner machen. Bei den Amerikanern ist Restauration eigentlich immer ein Zurückführen auf den ursprünglichen Zustand. Und je mehr du dich mit dem auseinandersetzt, desto mehr begreifst du eigentlich, dass es gar keinen ursprünglichen Zustand gibt, den man herstellen kann. Du kannst Architektur gar nicht zurückführen auf einen ursprünglichen Zustand, weil die Zeit, der Raum, die Zeit, der Zeitraum zwischen jetzt und früher, den kannst du nicht vergessen machen. Nur ein Beispiel. Es gab in diesen Company Rooms damals das Licht, das gab es Licht, es gab Gaslampen. Gas, das Gaslicht kannst du nicht kopieren, weil es hat auch einen Geruch gehabt, es hat keine Kabel gehabt, es ist alles, und das ist nur ein kleines Beispiel, heute muss man alles klimatisieren. Es gibt so viele Sachen, die man nicht einfach überspielen kann und so tun, als würde das nicht existieren und die Technik verstecken. Weil sonst entsteht so eine Art maskenartige Mumifizierung. Und wenn du das nicht machst, musst du einen anderen Weg gehen. Und dieser andere Weg, der ist sehr breit und da gibt es ganz viele Möglichkeiten, deshalb ist jeder einzelne Raum braucht eine eigene Herangehensstrategie. Und die Bauherrschaft ist aber ganz wunderbar und ist sehr fasziniert von diesem experimentellen Approach, der auch nicht, sage ich mal, dialektisch ist, wie das in den 60er Jahren vor allem von Scarpa in Italien initiiert wurde, das ist nach wie vor wie ein Modell, sondern ich würde sagen, es geht zurück auf diesen Konflikt, im 19. Jahrhundert zwischen Russell und zwischen Violet Le Duc. Und der Violet Le Duc'sche Ansatz, nämlich Geschichte weiter zu schreiben, einfach Teil dieses Prozesses zu sein, ist der Prozess, den wir eigentlich versuchen zu gehen, dem Pfad in der Person zu gehen. Das klingt jetzt sehr abstrakt, aber das wäre für sich genommen schon mal einen Vortrag oder eine Besprechung, das im Einflug zu zeigen, weil das kannst du nur eigentlich am einzelnen Beispiel, wie ist eine Wandmalerei, wie gehst du mit Möbeln um, werden die rekonstruiert, werden die Teilweise rekonstruiert, das sind die Materialien, das sind wir beim Kupfer und bei der Materialität, oder machst du mit dem Schein nach, irgendetwas nach, das ist sehr aufwendig, aber unglaublich interessant, weil es letztlich die Frage stellt, das Bestehende, was auch immer du machst, als Architekt, du hast immer mit etwas Bestehendes zu tun, einer bestehenden Stadt, einem bestehenden Raum, und das bestimmt auch unsere ganze Kultur eigentlich heute, dass sie auch als Künstler so, als Kurator und was auch immer, wir müssen sorgfältig sein mit dem, was es gibt, das ist letztlich das Thema. Könnte nicht ein schöner Aufschluss sein, vielen, vielen Dank, Vielen Dank.